Musik Im Herzen des Landes von Ujjana und von den Olivenbäumen umgeben, ragte die kleine Kirche der Heiligen Kosmos und Damian auf. Sie stellte die religiöse Tradition von Ujjana la Chiesa dar. Das Gebäude befindet sich auf einem weiten Kirschplatz von 400 Quadratmetern und es entsteht auf einem älteren Gebäude, das 1956 zerstört wurde. Das wurde schon Anfang des 17. Jahrhunderts während dem seelorgärischen Besuch des Erzbischofs aus Otranto de Morra herausgefunden. Kürzlich wurden von der Gemeinde von Ujjana und von dem Verband der Heiligen Kosmos und Damians Wiederbau auf Baden vorgeschlagen, die auch die Boden in der Umgebung erwarten, um die jährliche Messe zu fördern. Ende September findet jedes Jahr im Park der Heiligen Kosmos und Damian eine wichtige Messe der Industrie und des Handwerks, die tausende Besucher auf sich zieht. Musik In den letzten Jahren hat die Gemeinde von Ujjana die Beherbungsleistung in diesem Gebiet verstärkt. Für die Familien mit Genda gibt es auch einen kleinen Kinderspielplatz. Musik 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 Musik